Ich habe hier unseren Antrag, den wir seinerzeit gestellt haben, der Track Nummer 16-1672. Und da heißt es zum Beispiel unter Ziffer 8, dass wir in § 16, da geht es um betriebliche Interessenvertretung, das Wort Wachstum durch das Wort Nachhaltigkeit ersetzen wollen. Mehr steht in diesem Punkt gar nicht drin. Aber man beachte jetzt, was im Parlament dazu passierte. Wir kommen zur achten Abstimmung, das ist die Ziffer 8 des entsprechenden Antrages. Wer stimmt hierzu? Die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU und FDP. Vielen Dank. Stimmenthaltungen. Das ist nicht der Fall. Damit ist auch die Ziffer 8 des Änderungsantrags abgelehnt mit dem festgestalten Abstimmungsergebnis. Tja, wie man sieht, lehnen alle Fraktionen geschlossen diesen Antrag ab. Nicht mal aus den Reihen der Grünen muckt bei diesem Punkt jemand auf. Dabei hätte die Änderung nicht nur nicht wehgetan, die wäre sogar sinnvoll gewesen. Stattdessen Neoliberalismus auf ganzer Linie, Wachstum, Wachstum über alles, Nachhaltigkeit, nein, danke. Nichts zu sehen von konstruktiver Politik, die man uns mal versprochen hat. Stattdessen erleben wir diese parlamentarischen Zwänge live und in Farbe. Vorschläge von Piraten? Das kann nicht sein. Ablehnen, weg damit. Ames Nordrhein-Westfalen.